Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zu der DEL Season mit den Nürnberger Eistigers. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid so gut drauf und es hat bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns im zweiten Viertelfinalspiel gegen Augsburg. Mal schauen, ob wir die Serie heute auf 2 zu 0 ausbauen können. Ich denke natürlich schon, mal schauen wir mal, wie es uns auswärts in Augsburg gelingen wird. Der eine oder andere wird wahrscheinlich sich denken, hallo, was ist jetzt los mit seiner Stimme? Ich bin ja jetzt über eine Woche krank gewesen und mache jetzt das Video, weil es mir jetzt ein, zwei Tage besser geht. Und deswegen versuche ich jetzt wieder Videos für meine Abonnenten zu machen. Ich darf es bitten, zu entschuldigen, wenn ich in diesem Spiel jetzt nicht so viel rede oder so enthusiastisch, wie ich es immer habe, manchmal mitmache. Weil meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe die Woche teilweise überhaupt keine Stimme mehr gehabt und habe mich nur mit Handzeichen verständigen müssen. Mal schauen wir mal, wie es mir jetzt geht. Der Fuchs am Bulli verliert das Bulli. Jawohl, jawohl. Reimer. Aufwuchs. Augsburger Gulli hip. Reimer. Patrick. Auch nicht. Stor. Um läuft die Augsburger, um läuft die Augsburger. Ja. Aber Reimer hat ihn schon wieder. Playoff-Viertelfinale. Nürnberg will den Pot holen nach Nürnberg. Genauso wie Augsburg will hier weiterkommen ins Halbfinale. Aber die, 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 die mich erkennt, die wissend, wer zum Schluss dann den Pot bekommt. So, Braun. Am Tor vorbei. Schmulz. 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 Und unserer Nummer 23, der Blade. Blake, Blade. Blake. Macht das erste Tor in den Playoffs. Ich möchte unbedingt das Video zeitgerecht für meine Fans. Für meine Abonnenten. Für meine Abonnenten hier mit dem Ablauf eure hochladen. Koste es für mich, was es wolle. So, jetzt hat Schuss und nein. Kein zweites Tor. Der Georgi ist hier am Start. Und der Oliver macht uns das abseits. 5.30, 1.0 für Nürnberg. Hier im zweiten Aufeinandertreffen gegen Augsburg. Hier macht er 20 noch im ersten Drittel. Wir brauchen unbedingt ein Absicherungstor. Eins brauchen wir mindestens zwei, wären gut. So, Welsch. Da wollen wir. Oliver. Und schießt das. 2 zu 0. Hier 27,0 Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Schön, oben in die Ecke und dann geht er in die Zack und drin ist er. Das sind die Ecke und dann geht er. In die Ecke und dann geht's in die Ecke und dann geht's. Was ist die Ecke? Also, wenn du immer auch um可愛garten mit dem Ecke machen willst. Also denkt nicht nix mit den anderen Videos, da habe ich noch eine klare Stimme, die sind alle noch aufgenommen worden, bevor dass ich krank wurde. Ich denke, dass ich normalerweise immer weit voraus produziere. Ich denke, dass ich dir einmal den Hurs da ausgelassen muss. Da würde ich sagen, dass ich dann überhaupt in den entsprechenden Momenten keine Stimme mehr habe. So, Reimer. Oh, das war am Tor vorbei. So, Patrick, komm schon, komm schon, Patrick. Schade, 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 das war vielleicht ein Pax, du hast ein bisschen schmilzt. Schultz. Nein, auch nicht. Anschusstreffer von Augsburg. 5,42. Das heißt, wir brauchen wieder ein Absicherungstor. Ob man so oder so braucht. Ja, Oliver, Kimshu, Oliver. wieder einmal zu werden. Ach. 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 So, das hat der Georg gesagt, ja leider nicht, Dennis verliert ihn auch, so, so, das war es, spannendes Spiel, auch wenn ich jetzt nicht so begeistert klinge, es ist so, es ist so, es ist so, Nürnberg gegen Augsburg, der Panther gegen den Eistiger, 2 Minuten unter zwei, Jetzt nur einen entscheidenden gefährlichen Drittel. Ja, ein bisschen mehr verliehen. Jetzt ist die Wurmstrafe wieder. Drei Minuten in Unterzoll. Drei Minuten in Unterzoll. Zehn Sekunden noch, dann haben wir einen Mann wieder mehr auf dem Eis. Ein paar Minuten noch, dann sind wir wieder komplett. Jawohl, jawohl. Jawohl. Der Fuchs schießt uns das Absicherungsdruck, Junge. Die Scheibe. Entro, Entro. Ich bin schon. Blue. Sto. Baden. So, ein Mal. 8.30 Uhr müssen wir überstehen, Friedrich. Schafft es Puhl sie nicht. 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 Ohren Sprostas für Augsburg. Die Nürnberger auch ein. Jawohl, man mag es. Mit Ohren-Tor. Ohren-Assist. Uns sind um noch 61, GST9 Top-Stalker. Dann skippten wir uns einmal zwei Tage fürche. Dann schauen wir mal, was die Gruppe auch sagt. Wolfsburg gleich gegen München 1 zu 1 aus. Die Roosters gehen gegen Berlin-Köln auch 1 zu 1. Bei uns ist es 2 zu 0, meine lieben Sportsfreunde. Das war es aber für diesen sportlichen Tag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und über das eine oder andere Kommentar natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke aktivieren, sodass, wenn es hier aus der DEL mit den Nürnberger Eistigers aus dem Viertelfinale weitergeht, nichts mehr Neues versammt wird. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergess es mal, mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, mein lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus. Servus. Servus.